Hallo zusammen, ich möchte euch in Sachen Desiro HC von Modellbahnunion auf den aktuellen Stand bringen. Wie ihr wisst, haben wir angekündigt, das Modell Ende September 2024 auszuliefern. Diesen Termin werden wir nicht halten können. Die Produktion der Modelle hat begonnen, der Formenbau, die Spritzgusserstellung, die Bedruckung, alles andere in dieser Richtung ist bereits abgeschlossen, es fehlt derzeit noch die Endmontage. Die ersten Modelle haben wir sogar bereits fertiggestellt, es handelt sich hier um die Schaustücke von Siemens für den ägyptischen Desiro HC. Wer von euch die Inutrans in 2024 besucht, wird diese Modelle vielleicht dann sogar auf dem Siemens-Stand bereits sehen können. Die Endmontage der funktionierenden Modelle wird voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. Ich werde persönlich nach China reisen, um mich von der Qualität zu überzeugen und dafür Sorge zu tragen, dass die Montage nun flüssig vonstatten geht. Zu der Verzögerung haben der Decoderwechsel sowie weitere Änderungen beigetragen, die wir auch auf Basis eurer Anregungen umgesetzt haben. Ich hoffe, dass dies alles zu einem hervorragenden Modell führen wird und ich freue mich, wenn ihr uns gewogen bleibt.